Hey, 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 da bin ich wieder, euer Elite-Ness. Ich habe mich entschieden, dass ich ganz einfach nochmal hier hinten gucke. Sorry, ich muss, ich werde mentalisch und physisch dazu gezwungen. Es ist unendlich Pistolenmunition hier hinten. Ey, komm, leckt mich doch. Das konnte ich auch da vorne kriegen. Na gut, jetzt wird es wirklich ein bisschen happig. Knapp hier. Scheiß Verbände geben ja keine Lehm. Wäre auch noch gut, wenn es wenigstens ein bisschen Lehm geben würden. Aber unendlich, klar. Links oder rechts? Ich gehe jetzt links auch, weil ich hier am nächsten bin. So. Ja, machst du bitte erstmal das auf. Gut. Keine Ahnung, ich bin in Zwiegespalten. Da sieht es aus, als wenn es weitergeht. Ist hier vorne am Zug vielleicht noch zufällig was? Ah, das ist verschlossen. Das dachte ich mir schon. Gut. Weil wenn es eine Seite aufgeht, dann geht die andere Seite logischerweise meistens nicht auf. Mann, ey, das... Ey, mit den Verbänden, das Nerven. Haben die da zweimal Verbände hinterher gemacht? Einmal verstehe ich ja noch, aber zweimal... Warum kriege ich Munizium für Waffen, die ich noch gar nicht finden konnte? Ah ja. Lehm. Oh oh, jetzt komme ich schon langsam in den gelben Bereich. Ey. Könnte ich hier nicht ein paar Schokorie oder sowas in den... Verdammt. Ja, klar. Scheiße, das wird jetzt echt böse. Ich muss mich beeilen. Wir haben ja ein paar Zombie-Armeen damit hervorgerufen. Bestimmt. Verdammt, ey. Oder nicht. Muss ja auch nicht andauernd sein. Okay, kein Saft dafür. Ich habe jetzt auch keine Zeit, hier das aufzuboxen. Da muss ich lang. Dann gehe ich ganz sicherlich erstmal nicht dahin. Oh. Bitte. Ich brauche nur ein paar Schokorie. Lasst mich doch wieder irgendwo in so ein Gebäude rein oder so. Ach, nicht schon wieder so ein Spielchen. Wow. Jetzt wird es knapp. Okay. Ne, 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 ne. Oh. Der. Ist das geil. Herrlich. Achso, den habe ich noch an. Ich glaube, die werden jetzt nämlich definitiv unendlich gekommen. Das muss jetzt nur nicht sein. Ich glaube, die werden doch fallen wahrscheinlich unendlich. Ach, keine Ahnung. Sind, sollten oder keine Ahnung. Es kamen auf jeden Fall sehr viele. Ich sollte vielleicht nicht klingen. Obwohl, ich hatte auch unendlich viel Muni hier. Ach, gut. Ja. Okay. Ich werde dieses Areal erst natürlich mal erforschen. Ich würde es natürlich nichts an. Ey, könnt ihr mir jetzt mal bitte ganz ehrlich irgendwo ein paar Lehm oder ein bisschen Fressen hinlegen? Ey, was soll denn das? Die ganze Zeit schmeißen sie einen damit zu? Und hier geizen sie jetzt oder was? Bevor ich hier jetzt irgendwas mache. Oh, ja. Und jetzt hier. Mann, ey. Gut. Jetzt aber. Jetzt sind wir ja in irgendeinem inneren Areal. Problem ist, ich würde sehr gerne wieder zutreten öfters. Wenn ich auf jeden Fall... Na gut, jetzt muss ich... Nö, muss ich nicht. Ähm. Hey. Hab's doch nicht gleich so einig, Junge. Kommt noch einer. Boah, ich hab ja nicht mal Leben. Fällt mir grad ein. Verdammt. Oh, doch. Die liegen hier also noch. Also komm ich nochmal zurück oder was? Wie soll ich das verstehen? Geil, endlich. Oh Gott. Oh, das ist gut. Super. Das tut wirklich gut. Oh, endlich. Nahrung. Ich hab kein leuchtenden Glowstick mehr. Okay. Lassen wir einfach mal liegen. Ist egal. Ähm. Auch egal. Ich brauch nur Nahrung. Und ein Glowstick von mir. Und ein Glowstick von mir. Na, den aktivier ich noch. Red. Macht aggressiv. Jetzt sieht's mal gar nicht so schlecht aus. Aber das ist auch nicht optimal. Muss ich mal so sagen. Und das leckt dadurch natürlich wieder. Batterien sind auch schön. Gut, dass ich die wieder finde. Ach, ein bisschen ruckeli. Ich glaube, ihr seht das ja meistens in den Videos nicht so wirklich, dass es ruckelt. Das sieht eigentlich nur der Anwender. Obwohl die Frames hier recht... Hallo. Oh, High-Spray. Yeah. Perfekt. Und noch ein High-Spray. Perfekt. Sieht gut aus. Ich find's lustig, wie die FPS immer hoch und runter gehen. Also nicht hoch und runter. Ich meine, wie sie immer weg und wieder da sind bei mir. Zu sehen. Und dann wieder nicht zu sehen. Okay. 12 bis 100. Naja, gut. Nee, das brauch ich jetzt vielleicht nicht. So, neue Batterien bitte. Danke. Perfekt. Das ist optimal. Die Low Sticks, muss ich sagen, sind... Super. Aha. Das ist die alte Pistole. Hä, ist das nochmal eine andere? Hä, ist das... Die gleiche? Wie kann ich veräppeln? Also es fehlt... Mir nur noch ein... Ähm... Eine Karte. Batterien... Waren nämlich auch langsam wieder vonnöten. Oh, die Tür. Oh, Gott. Ah, Pistole, Moni, nochmal. Das ist die gleiche Pistole. Ich kann sie bloß nochmal wechseln. Aber warum sollte ich? Könnte ich hier oben lang? Könnte vielleicht. Hier war ich... Hier bin ich rausgekommen, glaube ich, oder? Nee. Da liegt auch die letzte Karte. Tatsächlich. Bist du dämlich? Ich hätte gleich drauf schießen können. Aber es hätte ja auch niemand von uns sein können. Ich meine, ich bin doch nicht einer, der erst schießt und dann fragt. Ist das noch einer? Nö. Okay. So, machen wir mal lieber zu. Jawoll. Wir haben sie tatsächlich alle gefunden. Bin ich zufrieden. Noch mehr... Ja, klar. Ich bin doch kein Bruder, Mann. Was ist denn der Blödsinn? Wisst ihr, was ich auch mal gerne machen würde? Wow! Alter Schwede, jetzt hab ich mir geschossen. Mann, ich hab mich schon... Wisst ihr, ich wollte gerade fragen, warum ist die Musik so komisch abnormal? Boah, Kratzana, kommt noch welche? Da hat gleich von links auch noch einer. Den hab ich schon gehört. Wo bist du? Hübscher? Muss ich schon entscheiden. Da. Du bist aber nicht der, den ich erwartet hätte. Hinter mir. Nee. Hör auf, so rumzuröcheln. Und wo ist noch einer? Du bist es. Bist du der, den ich von weitem und der ganze Zeit rumkriegen gehörte? Nein, das bist du sicherlich. Du. So, die Schnauze. Die vielleicht... Ja, habt ihr. Perfekt. Okay. Okay. Boah, wo kommst du denn? Was hab ich denn da abgetreten? Ich hoffe, das ist... Find... Yeah. Ein Helm. Freund, du leuchtest so. Das nervt. Verwirrt mich. Mit dir. Ähm. 87 ist zugewacht. Ey, guck. Habt ihr das gesehen? Macht das aus, was... Macht das aus, was... Ah, das heilt auch. Das mach ich mal, weil... Ich echt nicht viel Lehm habe. Also, es geht. Lehm ist in Ordnung. Aber ich hab viel zu viele von den Verbänden. Hier war ich schon. Ich hab, wie gesagt, alles... Okay, hier war ich noch nicht. Ist die Keykarte, die ich brauche, wa? Hairspray. Okay. So, ne. Gut. Ähm. Ich muss zurückgehen. Ich weiß. Möchte ich aber erstmal noch nicht... Was ist die Vergasungskammer? Kann ich aufmachen? Wartet, bevor ich das mache. Wartet mal. Es gab doch eine Taste für Gasmaske. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das gesehen habe. Ich hab da letztes Mal schon gesucht. Ich weiß, aber... Sorry, ich muss aber kurz auf die Uhr gucken. Ich kann ja mit Seilinzer sozusagen auch noch spielen, aber... Tugel Gersmas, bin ich bescheuert? Okay, ich kann es nicht anmachen. Bin ich irgendwie blind gewesen? Ich wusste, dass das M war für Maske oder so wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das gefährlich ist, aber... Ich weiß nicht, ob das gefährlich ist, aber... Du bist dämlich. Du bist mehr als... Autsch! Du Penner! Ich wusste nicht, dass du das auch kannst. Verdammt! Die haben mir so einen Scheiß entgegengeworfen. Was war das? Heilspray? Ich hoffe doch. Wieso hört sich die Musik schon wieder so komisch Psycho-mäßig an? Ah, gut. Ah! Okay. Die Musik ist komisch. Okay. Ich gehe zurück. Benutze die Karte. Wurde auch gerne mal wieder irgendwo speichern. Ist das hier eine automatische Tür gewesen? Ja. Muss ich denn da nochmal die Karte benutzen? Ach, hier! War ja direkt hier, genau. 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 Ähm... Bekomme sicherlich die Gasmaske jetzt. Ich treffe sein Gesicht nicht mehr. Jetzt. Perfekt. Kommt da noch mehr? Wie gesagt, Freunde. Ich gebe euch den Tipp, falls ihr das auch mal spielen solltet. Eine Festplatte. Geil. Ähm... Drückt immer zwischendurch mal ruhig E, wenn ihr zielen wollt auf irgendein Gegner. Weil ihr habt da mal sozusagen dieses Fahnenkreuz. Ich höre mal, was die zu helfen wissen, wa? Einfach nur zu helfen wissen. Hier komme ich nicht weiter. Oh! Ich hoffe zu piepsen. Hä? Aber man findet also mehr. Flares. Naja, gut. Ist jetzt nicht so... Was ich immer wollte. Vor allem... Der Typ hier hat mir die Flair hierher geworfen. Mann! Hör auf! Kommt denn die hierher schon wieder? Spawn die da irgendwann oder so? Ne. Gibt es denn direkt einen Weg? Da liegen richtig schöne Computerteile rum. Achso, Freunde! Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschau!